Da geht es fit. Boah, ich finde den G-Max auch für sich eigentlich übercool. Da ist immer Melmetal G-Max. Ja, Melmetal G-Max ist einer meiner favoriten G-Max-Formen. Deswegen vergesse ich den nicht. Krabi Anime. Ich habe halt als Kind nur ein bisschen Anime geschaut. Und da gibt es Krabi und Let's Go. Ja, aber ich erinnere mich nicht an Let's Go, Seeschauminseln, sondern an Seeschauminsel, Seeschauminseln. Und dann denke ich auch eher an Eis-Pokémon. So, wenn wir Plinther bekommen sollten, dann hätte ich die Reihe komplett. Ich meine, manchmal hasse ich diese Physik in Legends. Was ist das? Ich treffe nicht mal Boden. Wie? Ich treffe nicht mal den Boden. Mann! Ja, geh ruhig. Let's go! Let's go! Die ganze Zeit hat er auf mich gewartet! Let's go! Big, 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 big. Na gut. Damit haben wir die Reihe komplett. Damit haben wir die Reihe komplett. Okay, ich war auf der Letzte. Sehr, sehr gut. Gute Diesel. Big, 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 big. Perfekt. Die ganze Zeit hat er auf mich gewartet hier. Jetzt noch ein zweites Reflex. Ich brauch den halt nicht, ne? Ich brauch den halt nicht. Ich brauchte ja nur noch eins. Big, big, big. Nice! Shiny Plinther-Reihevoll ist cool. Ich hab jetzt Panflam-Reihevoll. Plinther-Reihevoll. Und ein Chelas fehlt mir noch. Warte, wieso hab ich nur einen Plinther eingetragen? Wieso hab ich Plinther noch nicht eingetragen? Und Shiny. Ich hab Shiny Plinther. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Das muss ich jetzt kurz, da muss ich mich kurz vergewissern, Chat. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich Shiny Plinther gefangen habe. Bin mir sehr, 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 sehr sicher. Ich hab nur noch ein Mädchen, ich hab nur einen Female. Ich muss ja echt noch ein paar Stahlini mitnehmen. Vergesse ich immer. Das hat für mich, glaub ich, auch nur noch ein einziges. Noch einen Female. Maus im Bild. Vielen Dank. So. Jetzt sind sie nur eins. Ich hab Pilbren nicht. Oh mein Gott, ich dachte, ich hätte schwören können, dass ich Shiny Plinther habe. Scheiße, erfährt mir doch noch einer. Traurig. Traurig, traurig, traurig. Naja, ist okay. Wie kommst du, dass du kein Paro mehr spielst? Feist du, ups, äh, feist du das Spiel etwa nicht so? Ich feier das Spiel übertrieben. Aber, ich hab keinen Bock, nur ein, zwei Stunden.